Okay. Tja. Nichts da kann. Scheinbar kommen wir nur von der anderen Seite da ran. Okay. Gut, gehen wir zur Brücke. So, Waldzentrum. Ach nee, das sind Helme. Ach du Schande. Okay, alle klar. Hm. Oh fuck. Okay, ich würde sagen, wir verpissen uns jetzt mal schnell. Ich bin auf Nier. Okay. 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 oh shit oh fuck der Penner, er lebt noch na das war ne knappe Kiste oh, wa man, alter oh, der Typ, jedes Mal, jedes Mal, warum? wö? stelle die Energieversorgung des Bunkertür wieder her mein Gerät erfängt schwache Signale aus den Mauern des Bunkereingangs ich habe schon vorher mit Zweien davon interagieren können aber sie scheinen sehr empfindlich zu sein und hinter dicken Zement und Metall zu stecken vielleicht gibt es im Moment zu viele Interferenzen ich versuche es später nochmal ähm, ok checken wir nochmal, warte mal das ist mal hier jawoll was haben wir denn da? aha super cool super cool das Ding fährt mir so ok, die Hütte fährt hoch aber wir haben keinen Kuchen nö so mein allerbeste Passwort ever schade eigentlich schade naja gut, hätte ja sein können wah gut alter ja, das wird Lukas sein wahrscheinlich das ist ja kein richtiger Roboter das ist so ne Mischung aus Skelett und Waffe geht der von alleine? muss ich jetzt an den Verweis nicken, oder wie? alter Lauf Junge, Lauf! ok wir können damit irgendwie stunnen vier Türme, sie zu den Sternen was für ne Inszenierung, älter man fett, Leute fett, fett, fett so, vielleicht sollte ich mir auch mal so ne Pille reinpfeifen um hier mal ein bisschen ein bisschen besser drauf zu sein nein so so öh komm raus komm raus oh shit ja, ja, solltest du mach mal Lack mach Lack, Junge ah Mist, ey ja, na so kann ich mir jetzt natürlich auch drauf hängen machen äh wir haben wie ne Ausdauer war am Arsch von daher oh, die Dinger sinken oh, nicht doch, ey ja, das sieht nicht, ey erstmal irgendwie Power an, sonst bin ich hier ganz schnell weg vom Fenster was ist denn da denn überhaupt okay, also wir müssen zu den Türmen komm ich da hinten über die Türme dahin? komm ich da hin? oh man oh, jetzt ist der Datenfriedhof oh fuck oh, nicht doch oh, Minen Minen nein, Alter, nein oh jawoll, Alter schön ins Minenfeld drin geschickt danke, oh danke so gibt es hier so so ein so ein schloppern ne wie kommt man denn hier drin? ich muss da jetzt wirklich da über den Shit rüberhüpfen oh, Tamara vielleicht kriegen wir das damit geöffnet okay können wir erstmal aufkloppen das ist ja erstmal bescheuert kann ich jetzt die Dinger damit aktivieren? oh cool das ist schön ah hat sich jetzt welches Tor hat sich jetzt hier öffnet? das scheinbar nicht ich hoffe, der geht da hinten aber das ist das hier oh Mann, Alter das ist ja alles so groß ist der Dicke? der Torige klemmt schon wieder normalerweise bekomme ich ihn mit einem dieser Ersatzventile auf die ist in der Wasseraufbereitung das muss an der Herumliegen aber meine Sicht ist um und das heißt was? aber meine Schicht ist um und das heißt nicht mehr meine Sorge sondern dein Problem viel Glück erding okay, wir müssen anscheinend in der Wasseraufbereitungsanlage ein Ventil finden oh kann ich die Dinger mit hochschalten? ja geil okay wenn ihr redet muss ich anscheinend erstmal ein bisschen akklimatisieren immer oder ich brauche Abstand aber sehr Munition sparen das finde ich ja gut das ist ja eine geile Sache schön 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 das ist jetzt hier die Wasseraufbereitungsanlage? die Spitze des Wassertroms die Spitze des Wassertroms ah das ist ja fies krass selbst den Dicken kann ich damit ausschalten das ist ja cool stupp qualvoll ja das ist ja geil das ist ja der Hammer so hier droppe ich mal einstellen nochmal eine Tablette drin mal schauen ob dabei irgendwas rumkommt natürlich nicht so Rokitokit ist jetzt mein absolutes Lieblingsgerät mein absolutes Lieblingsgerät ist das etwas gut? achai das ist ja mal ein Quill der Megamixer so kann ich hier wieder drauf nicht der wird ah nee hier kann ich rüberspringen hurra sehr cool ok hier bräuchte ich ein Ventilrad was ich nie habe sehr gut sehr gut gut wenn du nur etwas hättest um diesen furchtbaren Geruch zu überdecken wenn sonst nichts hilft Nase zu ja das Ding im Geruch auf das mal wenn so einer Bahn unterwegs ist ok ja scheinbar brauche ich hier aber wirklich die die Maske oder? ja schön jetzt mal durch kurz hoch schade so mal kurz abnehmen das Ding ich brücke hier komplett jämmerlich verrecke so und wieder auf das Ding Mist schnell durch wunderbar was kann ich abnehmen eine Tablette ok an alle Angestellten der Wasseraufbereitungsanlage wir wissen ihre beständige Mitarbeit an unserer Untersuchung der Ursache der Wasserverschmutzung zu schätzen da diese Untersuchung Aspekte der nationalen Sicherheit umfasst muss ich sie darüber informieren dass jegliche Enthüllung von Informationen über die Verschmutzung an Außenstehende eine Inhaftierung nach sich zieht schön lassen sie es uns gemeinsam daran arbeiten dass Myrtenhaven bald wieder sauberes Wasser hat Bill Bird CIB Verbindungsbüro wunderbar Bill Bird The Bird The Bird The Bird is The Bird Shit vom Ozean an Myrtenhaven äh der Entsalzungsprozess Meerwasserzufuhr Meerwasser wird aus der Bucht von Patmos erreicht äh unsere Anlage durch ein großes unterirdisches Rohr Zweitensiebung In einem zweistufigen Prozess wird das Meerwasser von Groben und Feinpartikel gesäubert Drittens Filterung und Umkehrosmose Salz und andere Verunreinigungen werden aus dem Wasser entfernt Viertens Entsäuerung der Sohle Das konzentrierte Meerwasser wird sich sicher wieder in die Bucht von Patmos zurückgeführt und Babab Süßwasserversorgung Sauberes Süßwasser wird zu Wohnhäusern und Geschäftsgebäuen geleitet Ja die Bucht von Patmos äh da war der Tanker gekentert mit dem Agent Rainbow drin Und wenn das jetzt quasi über die komplette Wasserverarbeitungsanlage hier in der ganzen Stadt verteilt wurde Geil Geile Nummer So was kann ich denn hier Okay der ist jetzt offen Aber wo komm ich jetzt hier weiter So wir sind jetzt hier noch oben in der Wasserverarbeitungsanlage Und mal Pop essen Ich habe eine kleine Probe des verunreinigten Wassers zur Analyse mit nach Hause gedommen als das CIB es nicht mitbekommen hat Was zur Hölle ist dieses Zeug Nach nur wenigen Minuten in der Nähe der Probe überfiel mich ein seltsames Angstgefühl und mir wurde schlecht Zum Glück habe ich nur etwa drei Tropfen genommen Die Wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark Ich habe nicht das Recht hier gerät zu Hause aber sonst kann ich sagen Was auch immer das für eine Chemikalie ist die die Wasservorrat verunreinigt hat Sie ist übel Ich werde mir meine restlichen Krankentage freinehmen bis die Sache vorbei ist Ich schlage vor Du tust dasselbe Lisa Ja Krass 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 Oh das ist Das ist Das Ventilrad Es ist nicht nur ein Ventil Das ist das Ventilrad Nimm diese Tablette Witzelbitter Perl Dann geht es einfach nur mal zu Ne ich habe es abgedreht Sehr schön Klar So Ich denke in die Schabe Ich habe da gerade wo was rote zu sehen Oh Okay Aber wie komme ich da oben hin Wie komme ich denn da oben hin Oh Okay Cool Alles klar Da muss man ganz aufschrauben Ist ganz wichtig So Okay Das Orange Äh Quatsch Das Orange Äh das Andere Lumpe ist weg Ist das einfach Das war es Eine große große Lampe Aber Ja Dachte schon Wunderbar Wird das sein kann Naja Wir sind wohl Wir sind vorbei Laufen Schauen wir da noch Shotgun Scherz Ist meine geladen Nein Fräflich Dieser Zustand Laufen wir uns auch mal hin In Spiegel Wohin Wie kommen wir hin Die kann Oh okay Ich komme zu ja hier Okay, also die Dicken brauchen 3, um down zu kommen. Das ist aber ein Satz, ey. Ha! Goethe wär so stolz. Ähm. Okay. Schnell aufgedreht. Okay. 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 Oh Mann, Alter, der ist so lahm. Ist so lame, Alter. Der Große scheint öfters mal Patronen dazulassen. Good to know. So, okay, gucken wir uns hier hinten anrauben. Was haben wir hier? Ist so instant gleich mal in dem Level hier Probleme mit dem Leben hier. Ist ja nicht gut. Komme ich jetzt hier rauf? Gibt es hier so einen Nupsi zum Aufnupsen? Komme ich ja da hin. Muss ich da vorne durch. So, die Mucke ist immer noch fucking bedrohlich. Okay, 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 cool, cool, cool. So, bevor ich jetzt da langgehe, I'm going this way. Und hier muss man nämlich noch... Alter, wahnsinnig viel Schrot-Munition hier. Oh nein, Alter, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist doch nicht dein Ernst. Oh bitte nicht. Oh bitte nicht. Bin dann so scheißschlecht und so, halt. Oh nein. So, wo muss ich denn zwei davon? Ist doch wahnsinnig. Ist doch... So, hoffe ich mal nur, dass er jetzt irgendwo einen fernen Checkpoint hat. Nein, ducken. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war knapp. So. Ducken, springen, ducken. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Wer baut so eine Anlage, Alter? Nun gut. Probieren, wat. Ducken. Springen, springen, ducken. Oh. Springen, ducken. Springen, springen. Oh. Halt war ja Nerven auf meinem Tier. Mein Lieber, ja. Ist ja nicht Mainz. So. Möchte da bitte nicht wieder zurück. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Du bist... Ohne kann man natürlich geben denn ein Tierrad. Schön. Schön. Super. Find ich gut. Ohne, hier und über ist dieser Pumpe hier. Wichtige Objekte würden näher sein, als ihr erschein. Okay. Ein Spiegel dazu. Na ja, solltest du, solltest du. Fällt's perfekt. Fällt's perfekt. Okay. Noft. Ich muss nicht in diesen Warten sein. Der Typ schafft es immer wieder, mich zu erschrecken. Immer wieder. Hier holen wir mal eine Leuchtrakete rein. Ich habe die Leuchtrakete. Ich habe die Leuchtrakete. Ich habe die Leuchtrakete. So, warte mal. Ich muss jetzt noch eine Pille nehmen, ne? Alter, Schlüssel. Okay. Die Sache mit dem Nachdach, ne? Die Sache mit dem Nachladen. Leute. Falschabzweigungen. Wormtüren. Tolle Szene. Oh, 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 oh. Bin ich gut. Ich brauche etwas, um das zu öffnen. Success! Ich habe alle gerade verjessen. Sackgasse! und jetzt wird sie noch ein bisschen Kulettenschlüssel. Aha. Okay. Ist wichtig. Batterie färgern. So. Ich habe Plädie. Zuf. Ich brauche etwas, um das zu öffnen. Beide. So, haben wir. Ein Büroschlüssel, Alter. Wie viel Schlüssel finde ich denn hier unten, bitte? Was? Ah. Alter, wie unkrieg. Wie fallen uns? Oh, hier. So, da vorne ist mal die Tür. Batterie. Nein. Schön. Schön. So. Okay. Was soll ich sehen? Warum soll ich jetzt die Schaben... Wieso? So. Okay. Okay. Okay, got it. Oh, got it. Oh, verstehe. Das ist halt die tausend Schlüsse hier. So, hier ist jetzt aber nichts, oder? Ja. So, hier ist es halt die Zahlreiche nicht zart. Du Schande. Du willst zettel? Okay. Du willst zettel? Okay. Come on. Du willst meinen Büros schießen? Na dann. Ja, nee. Ist nicht mein Büros. So. 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 Wurde gerne erstmal irgendwo irgendwo was snacken oder irgendwas, damit ich mal wieder so'n bisschen was ist denn hier? Oh. Schön. Ne Chili-Dose, Alter. Pfeif sie dir rein, Junge. Schöne Dose Boom. So. Und wir sind am Turm. Schön. Was für ein Umweg, Alter. So. Okay. Na dann. Climb up. The ladder. Tick, tick, tick. Tick, tick. Tick, tick. Look. Look. Two. Five. Stars. Ah, okay. I will. Tell me what I see. Tell me what I have to see. Okay. Okay, look to the stars. Was hat's noch gesehen? Können wir hier unten kommen mit dem Schnupps die Schnucks sehen? What? What? Die Musik, die ich habe schon noch gemacht haben. Zero. One. Two. Two. Three. Four. Five. Five. Red. 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 Untertitelung des ZDF, 2020